Hallo miteinander, herzlich willkommen beim ASCIO Fit Mahmid. Ich bin der Oliver, Übungsleiter beim ASCIO in Vorarlberg und beschäftige uns heute wieder mit dem Thema Fit mit Tanz, mit Elementen von Makulele. Wenn ihr das erste Video noch nicht geschaut habt, bitte schaut es euch an, dann ist es einfach den Figuren zu folgen und ich habe heute wieder die Miriam dabei und wir mischen alle Bewegungen, alle Figuren, die wir in den vorigen Videos schon gelernt haben, miteinander. Makulele macht man normal immer zu zweit, wie vorher schon erwähnt. Wenn ihr keine Hölzer habt, könnt ihr natürlich auch mit den Händen klatschen. Die einzige Regel, immer auf 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zusammen klatschen oder mit den Hölzern, je nachdem. Okay, wir machen euch eine Simulation, wie das ausschauen kann und mischen alle Bewegungen, alle Figuren miteinander und am Schluss trommel ich wieder, ich gebe den Rhythmus vor und die Schwierigkeit dabei ist, dass wir den Rhythmus halten und immer auf 1 schlagen. Ich fange jetzt jetzt langsam an und werde dann schneller und wir machen alle Figuren, die wir gelernt haben, wo wir uns sicher fühlen, miteinander und durcheinander. Okay? Wir fangen hier an. Die erste Figur war so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mit springen. 1, 2, 3, 3. Dritte Figur, tiefer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Drehung nach rechts, wir schlagen alleine, zusammen. 2, 3, 4, noch ein Detail, schaut ihr bitte, dass wenn ihr Hölzer habt, dass ihr nach oben schlagt, nicht so, immer leicht nach oben. Okay? 5. Figur war so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Grundschritt, 1, 2, 3, jetzt linkes Bein, zack, zack, zack. Noch einmal. 1, 2, 3, 5, dass ihr nach oben schlägt. Vier, eins, vier, drei, vier, eins. Okay? Probiert es aus. Wie gesagt, prägt euch den Rhythmus ein. Miriam gibt den Rhythmus vor. Und probiert ihr einfach frei mitzumachen. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.